Herzlich willkommen liebe Zuschauerinnen und Zuschauer hier in unserem Format Naturmedizin. Ich habe heute Morgen ein E-Mail bekommen, das mir ein bisschen zu Herzen gegangen ist. Ein verzweifelter Zuschauer hat immer noch gesundheitliche Probleme, er kriegt sie nicht in den Griff. Es ist ein Parkinson-Patienten, der speziell stark an seinem Tremor leidet. Das sind diese Schüttelreaktionen und hat mich gebeten, eine Sendung darüber zu machen, damit er weiß, was er machen kann. Ja, das nehmen wir sehr ernst. Das hat uns natürlich genauso wehgetan, das zu lesen. Und ich habe mir meinen Studiogast gefragt, der ist der Professor Dr. Thomas Rau, ob er Lust und Zeit hätte, hier gleich eine Sendung zu machen für unseren Zuschauer und stellvertretend natürlich für viele, viele andere Patienten, die am gleichen Problem leiden, eben, dass dieser Tremor deutliche Reaktionen zeigt. Ich bin gespannt, was wir alles für Rezepte heute hören, was unser Gast, unser Zuschauer alles machen kann. Und ich bitte Sie einfach dran zu bleiben, wir legen sofort los. Und da sind wir wieder und jetzt darf ich Ihnen meinen Experten zeigen, Professor Dr. Thomas Rau, ganz herzlichen Dank, dass du da bist und danke, dass du dir die Zeit nimmst, dieses Thema anzugehen. Der Zuschauer hat einige Sendungen schon gesehen und hat sich einiges rausgepickt, was er geschrieben hat. Er hat geschrieben, er hätte versucht, MZT-Öl zu nehmen, wegen dem Stoffwechsel in die Fettverbrennung zu bringen, aber ich weiß nicht, wie die Ernährung ist. Und er hat noch angefangen mit Galaktose, weil das sehr schnell ins Hirn geht und Energie produziert, das anscheinend eben auch eine Wirkung haben könnte. Ja, und jetzt bin ich gespannt, du als Experte, was können wir ihm alles noch auf den Weg geben oder muss er damit leben? Dr. Thomas Rau, die Schüttelkrankheit, ist ein sehr, sehr großes Problem. Ich war ja nicht so begeistert, als du mir dieses Thema sagtest, weil, erstens bin ich heute nicht vorbereitet, spielt aber keine Rolle, weil ich kann sehr viel darüber sprechen. Zweitens, weil es eben ein sehr schwieriges, gibt nicht einfach die Lösung, das gibt es nicht. Tremor kann eine Sorte, und das muss der Zuschauer auch wissen, nur eine Sorte ist die Parkinson'sche Krankheit. Ach so. Das ist der Tremor. Aber es gibt eben, und das ist das Wichtige und das Hoffnungsvolle am Ganzen, es gibt ganz viele andere Tremor-Krankheiten, die nicht Parkinson sind. Parkinson ist sehr schwierig, und da muss man auch chemische Medikamente einnehmen, längerfristig. Wir aber haben Möglichkeiten, die Tremor-Symptomatik zu diagnostizieren und auch in ihrer Wirkung Ursachen, Abklärung zu machen. Und dann finden wir halt eben sehr unterschiedliche Ursachen. Wenn der Patient jetzt sagt, ja, hat das MCT-Öl genommen oder hat das oder jenes genommen und Galaktose, das ist alles gut und recht. So darf man aber nicht vorgehen. Ich erlebe das ständig, weil wir kriegen solche neurologischen Patienten sehr viele bei uns, und wir haben auch gute Lösungen für sie. Aber die haben meistens schon das gelesen, dann jenes gemacht und so weiter. CBD ist auch so en vogue zur Zeit, das Cannabis-Öl und so weiter. Das wird heute halt eben überall beschrieben. Nun, das ist aber nicht die richtige Zugehensweise, weil man muss heute beginnen. Das ist wie beim Alzheimer auch, wobei Tremor hat nichts mit Alzheimer zu tun, aber ist auch eine schwere neurologische Krankheit, die man heute behandeln muss, nicht einfach herausschieben, weil das nimmt zu, und zwar nimmt es häufig sehr schnell oder eben sehr stark zu, wenn man nichts macht. Die Ursachen sind das Allerhäufigste heutzutage toxische Belastungen. Zweitens, die zweite Ursache sind virale Belastungen. Drum, das haben Sie sicher gehört, obwohl halt die Presse heute ja nicht Negatives über Covid schreibt, außer Angstmacherei, aber in dieser Corona-Zeit haben die neurologischen Krankheiten und auch die Tremor-Krankheiten massivstens zugenommen an Häufigkeit. Und jüngere Menschen haben es gekriegt. Warum? Weil virale, nämlich Viren, das muss nicht nur Corona sein, nein, das können auch andere Neuroviren, wie zum Beispiel Varicellenviren, wie Epstein-Barr, zwar weniger, Zytomegalie, Toxoplasmosi, diese Art der Viren können auch unterschwellig wirken und dann addieren sich die Ursachen zueinander. Also wir haben bei den Tremor-Patienten, aber auch bei Leuten, die kognitive Probleme kriegen, zum Beispiel zu frühzeitiges Gedächtnisverlust oder solche Sachen, das die Leute heute viel, viel, viel früher kriegen, machen wir die gleichen Ursachenbehandlungen. Beim einen Menschen drückt es sich aus in Tremor. Ja, was für ein Tremor? Da gibt es verschiedenste, den ganz Feinschlägigen, den Intention, der erst dann kommt, wenn Sie etwas, ein Glas nehmen wollen und dann das nicht können, oder der Ruhe-Tremor, der hat verschiedene Ursachen. Tremor ist nicht gleich Tremor. Und Sie müssen das wirklich bei einem biologischen Arzt, nicht bei einem Schulmediziner, weil der wird nicht viel toxikologische Abklärung machen, leider, leider, bei einem, der Sie toxikologisch und auch virologisch abklärt. Das ist unser tägliches Brot heute, diese chronischen Krankheiten. Tremor ist halt eine neurologische Expression, eine neurologische Ausdrucksweise einer Belastung des Körpers, ein Reiz. Warum ist dieser Nerv gereizt, dass er übermässig bewegt und die Koordination nicht mehr richtig ruhig gestellt werden kann? Das sind toxische, das sind degenerative, das hat sogar, das weisst du ja, dass ich immer mit dem Darm komme, weil der Darm lässt die Toxine durch, der Darm hat eine ganz, ganz große Bedeutung. Mein großer Lehrer, Dr. Conny Wertmann, dieser geniale Arzt aus Salzburg, der hat gesagt, jedes neurologische Leiden ist eine Darmkrankheit, hat er mir gesagt. Ja, spinnt er. Aber ich muss heute sagen, das trägt mit dazu. Und wir haben toxische Stoffe, die durch den Darm in uns hineinkommen. Aber es gibt auch die anderen Ursachen, nämlich die, dass schützende Substanzen, welche den Nerv stabilisieren, sodass er nicht beginnt, wegen nichts zu zittern, dass diese Substanzen fehlen. Dann haben wir einen Mangel an gewissen Stoffen und das sehen wir heute sehr häufig. Ich bin ein Befürworter der Lithium-Tiefstdosierungstherapie, welche eben bei solchen Leiden sehr gut wirken kann. Ich habe sehr gute Erfahrungen damit gemacht. Lithium-Aspartat, 10 Milligramm, eine absolute Witzdosis. Aber dieses Spurenelement kann dann nervenstabilisierend wirken. Wenn wir von neurologischen Erkrankungen sprechen, heisst das, das ist immer das Hirn? Nein. Also die Nerven zum Arm. Aber wo ist jetzt die Entzündungsprozesse oder das Problem? Ist das im Arm oder im Hirn? Oder kann beides sein? Beim Klassischen, früher hat man immer Tremor gleich Parkinson, aber das stimmt heute nicht mehr. Der grössere Teil der Tremor-Patienten sind nicht Parkinson, das sind toxische Patienten. Die haben toxische Moleküle, die im Körper freigesetzt werden oder hineinkommen im Darm, weil wir halt eben Clostridien, hochgradig toxische Bakterien im Darm drin haben. Das Bakterientoxin kann durchwirken, kann neurologisch stören. Oder Schwermetalle oder auch, wenn ich heute mit dem toxikologischen Test teste, dann sehen wir Arsen, wir sehen Aluminium. Arsen und Aluminium sind ganz stark neuroirritative Stoffe. Welche dann, jetzt kommt die Antwort zu deiner Frage, welche dann entweder am Nerv peripher, also außen, dann haben wir eine Polyneuropathie. Das heißt, es wird etwas gespürt, das man gar nicht hat. Also zum Beispiel, man hat Ameisengefühl. Ja, das sind keine Ameisen. Da wird etwas Falsches gespürt. Oder man hat die Sensibilität im Fuss nicht mehr recht. Dann ist der periphere Nerv geschädigt oder kompromittiert oder entzündlich verändert. Und beim Tremor ist es im Hirnstamm drin. Der klassische Parkinson hat in den Basalganglien eine Degeneration und kann zu wenig Dopamin produzieren. Darum wird diesen Menschen, das ist total wirksam, wird Dopamin gegeben und dann hört der Tremor auf. Dort habe ich schon gesehen mit NADH, dass es dann auch wirkt, aber nur in diesem Fall? Ja, nur in diesem Fall kann auch NADH, welches so wie eine Vorstufe im Stoffwechsel des Dopamins ist, kann dann eben wirken. NADH, blöd ist nur, dass diese Tabletten nur einige Stunden wirken. Oder nicht einmal einige Stunden. Da muss man ständig einnehmen. Das ist keine ursächliche Therapie. Genau gleich wie das Madopar. Das ist ein fantastisches Mittel, das Dopamin für Parkinson-Patienten, weil sie wirklich deutlich, deutlich besser werden. Aber das ist keine ursächliche Behandlung. Im Gegenteil, es wird ständig schlechter. Und die Dosis muss im Allgemeinen gesteigert werden. Was passiert, wenn jetzt… Wir versuchen, die Ursachen zu finden. Und sogar bei diesen Patienten, wo wir eben… Also, wenn jetzt einer halt wirklich einen toxischen oder einen Parkinson-Schüttelkrankheit hat, sogar dann können wir mit unseren Methoden stabilisierend wirken, weil die Nerven brauchen Alpha-Liponsäure, dieses Öl, brauchen Omega-3-Fettsäuren in recht grosser Menge. Sie brauchen eine sozusagen Versiegelung des Darmes und sie brauchen Polyphenole. Also aus Gemüsen und Nüssen extrahierte Stoffe, welche nervenstabilisierend sein können. Man kann so viel machen, aber nicht einfach nur eine Substanz, CBD-Öl oder weiss ich was, Galaktose. Ich weiss, mein lieber Freund, der Dr. Mosetter ist der Propagant, der Galaktose ist ein fantastischer Stoff, aber das genügt alleine nicht. Also, eingebettet in ein ganzes Konzept verwenden wir natürlich auch Galaktose, aber eingebettet in ein ganzes Konzept. Natürlich, das sagt auch der Kurt Mosetter, selbstverständlich. Aber der Kunde, der Zuschauer hat mir das jetzt einfach so geschrieben und ich habe jetzt… Weisst du, genau das macht mir so Spass. Wir haben so einzelne Sachen und du bringst es zusammen in ein ganzes Konzept. Manchmal ist es einfach wirklich nicht optimal, wenn wir als Zuschauer oder als Konsument selber herumdoktern und meinen, mit zwei, drei Dingen ist es geschehen. Was ich noch nie gehört habe und völlig logisch ist, ist, dass der Tremor eben auch kann durch toxische Belastungen da sein. Ja, das ist ja. Und wenn ich ja das nie raushole, dann wird aus dieser toxischen Belastung es nicht besser. Im Gegenteil, es kann noch schlimmer werden durch die Anreicherung weiter Toxine. Darum wird ja die Krankheit schlechter, dieser Degenerations- und Entzündungsprozess, weil die Ursachen nicht behandelt werden. Und was ist, wenn er so eine toxikologische Tremor hat und der wird jetzt auf Parkinson behandelt? Gibt es das? Oder was macht die Schulmedizin, wenn jetzt der sein Tremor hat, das nicht Parkinson zusammenhängend wäre? Was wir beide ja jetzt nicht wissen. Das macht nichts. Auch wenn er noch eine Behandlung kriegen würde, dann macht das nichts. Ich habe aber Fälle, leider, leider, welche als Parkinson behandelt wurden. Und es war dann eine andere multifokale degenerative Belastung. Und es wurde einfach immer die Dopaminmedikamente wurde einfach immer gesteigert in der Dosierung. Und dann kamen die Nebenwirkungen. Auch neurologische Nebenwirkungen und schwere Depressivität. Also diese Mittel haben eben auch Nebenwirkungen. Auf jeden Fall, ob nun diese oder jene Tremorart besteht, der Patient muss unbedingt eine ganzheitliche, toxikologische, bakteriologisch-intestinale Abklärung kriegen. Auch eine Abklärung, ob nicht Störherde sonst wo existieren, wie zum Beispiel Zahnbeherdungen. Das könnte auch wieder auswirken. Ja, natürlich. Auch ein Tremor auslösen. Ja, die Stammgangeln sind ganz nahe den Zähnen. Sie sind nur einige Zentimeter von den Weisheitszähnen entfernt. Nur so als ein Beispiel. Und wenn da Belastungen, zum Beispiel ganz, ganz schlimm, Amalgamfüllungen können, Amalgamfüllungen vor allem an den hinteren Zähnen, können neurologische Probleme machen. Das sehe ich ständig. Darum, jeder Patient, der zu mir kommt, wird auch zahnmedizinisch abgeklärt. Also dieser Zuschauer aus dem Tirol müsste eigentlich sinnvollerweise einen Termin abmachen bei einem biologischen, ausgerichteten Arzt, zum Beispiel, wie du das jetzt bei euch anbietest. Wie wird das ablaufen dann bei ihm? Wer kommt bei euch vorbei? Und jetzt werden diese ganzen Untersuchungen gemacht, um festzustellen, was er überhaupt hat. Wir sind in der glücklichen Lage, dass wir sehr viele Anmeldungen haben. Weil nur ganz wenige Kliniken können das Gleiche bieten, wie wir an der Sonnenbergklinik in Schwellbrunn in der Schweiz. Deswegen fragen wir den Patienten an, einen Fragebogen auszufüllen. Der ist nicht so groß, aber dann weiß ich ungefähr, was er hat. Und er kann sich dann anmelden. www.biomed-sonnenberg.com Und dann findet er den Fragebogen, findet die ganzen Anmeldeformalitäten. Und dann kommt er zu mir, dann weiß ich ja schon etwa, was er hat. Und am Tag 1 machen wir gleich die Abklärungen. Da geht er wieder nach Hause? Es geht ambulant oder es geht stationär? Nein, die meisten Leute kommen. Vom Tirol haben wir recht viele Menschen, die zu uns kommen. Es ist ja nicht so weit. Und ja, dann kann er einen Tag kommen. Oder er kommt mehrere Male einen Tag. Also es geht auf verschiedene Weisen. Und wenn es um die Entgiftung geht, dann wird das auch so intravenös stattfinden, oder? Ja, Entgiftung. Also der neurologische Patient hat meistens mehrere Säulen der Belastung. Das eine ist die toxische Belastung und das andere ist der Mangel an stabilisierenden Stoffen, nervenstabilisierenden Stoffen. Das wird beides abgeklärt. Und wir geben ihm dann diese Vitamine, Spurenelemente oder ganz spezifische Eiweisse oder Fettstoffe. Also Fett tönt es so negativ, aber es gibt eben die wichtigen, guten Fettsäuren, die die Nervenzellen in grosser Menge brauchen. Oder wir machen die Entgiftung. Das geht alles ambulant und mit Infusionen, aber auch, und das ist das Wichtige, langfristige mit Medikamenten. Also mit unseren biologischen Heilstoffen. Darf man jetzt vielleicht in dieser Sendung auch noch eine hoffnungsvolle Prognose geben? Kann er rechnen, dass dieser Tremor sich nahezu wieder stoppen lässt? Und wenn ja, wenn man die Aussage machen kann, in welcher Frist, wie viel Geduld braucht so ein Mensch? Das ist eine schwierige Frage. Wie alt ist der Patient? Was war sein Beruf? Hat er toxische Belastungen gehabt? Ja, und welche Form des Tremors hat er? Je jünger er ist, desto besser die Prognose. Leider ist das eben so. Je toxischer er ist und wir finden diese Stoffe, desto besser ist die Prognose. Wir haben recht viele Patienten, die sich völlig stabilisiert oder sogar gebessert haben. Also ich kann seine Prognose erst stellen, wenn ich ihn sehe. Das ist sehr individualisiert. Verstanden. Ja, denke ich. Das muss auch der zwangsläufige nächste Schritt sein. Und ich hoffe, dass dieser Herr dann nach erfolgter Behandlung auch mal bei uns vorbeikommt und uns darüber berichtet, weil das ist wichtig zu dokumentieren. Da habe ich wirklich noch etwas Wichtiges zu sagen für die Menschen. Neurologische Erkrankungen müssen ganzheitlich abgeklärt werden. Das ist unglaublich wichtig. Die meisten Fälle heutzutage sind toxikologisch bedingt oder durch Mängel bedingt. Und denen kann geholfen werden. Nicht einfach nur medikamentös. Nicht nur einfach einzelne Dingeli machen und meinen, das wirkt dann. Ich höre dieses Wort immer wieder von dir und von einigen anderen Ärzten auch. Aber das hat sich noch nicht eingebürgert, dass man grundsätzlich toxikologische Untersuchungen macht mit Patienten. Leider nicht. Ja, darum haben wir die besseren Resultate. Das tönt jetzt arrogant, aber es ist wirklich so. Du hast noch das Wort Toxoplasmose genannt. Ich höre das auch immer wieder. Das war ja diese russische Wissenschaftlerin, die da vielleicht herausgefunden hat, den Zusammenhang mit Katzen. Und dass tatsächlich viele Katzenbesitzer mit dieser Toxoplasmose eigentlich investiert sind, wissen sie gar nicht. Wir machen bei vielen Menschen, nicht nur bei dem Neurologischen, bei eigentlich allen chronisch kranken Menschen, machen wir Abklärungen auf Viren. Toxoplasmose, Zytomegalie, Varizellen, jetzt natürlich auch Covid, dann Epstein-Barr und so weiter. Und es ist absolut erschreckend, wie viele Menschen infiziert sind, aber unterschwellig, die spüren es gar nicht, haben aber ganz hohe Antikörperwerte in ihrem Blut. Und das muss man dann mitbehandeln. Also das sind alles neurologische Krankheiten. Heutzutage ist aber nicht mehr die Toxoplasmose wie früher die Katzenbiss-Krankheit oder Katzenkratzkrankheit. Das gibt es eigentlich gar nicht mehr. Aber es gibt diese schleichenden Formen. Und das kann unter Umständen auch wieder den Tremor auslösen. Unter anderem, ja. Ich wollte im Herrn Joe aus Tirol zurückschreiben, also ich habe ja jetzt das besser gemacht. Ich habe nämlich einen Experten hier. Ich hätte ihm noch geschrieben, er soll doch bis zu seinem Termin bei einem Experten vielleicht Omega-3, Q10 und NADH unter die Zunge legen. in der Hoffnung, dass es sich sofort eine Lebesserung gibt, aber natürlich nur immer zeitlich für drei, vier Stunden. Ist das etwas, was ich ihm schreiben darf? Das darfst du ihm schon schreiben. Es ist aber auch wieder so ein Einzelrat. Keine Ursache. Genau. Aber diese Substanzen werden auch meistens nicht genannt und haben allein schon eine Wirkung. Also darf ich das schreiben? Das kannst du schon schreiben, ja. Gut, und dann hoffe ich. Aber man muss unbedingt die toxikologische Abklärung machen. Ja, also mehr als eine Sendung darüber machen kann ich nicht. Lieber Herr aus Tirol, ich hoffe, wir haben Ihnen ganz, ganz viel Freude machen dürfen. Sie haben darum gebeten, dass ich Ihnen eine Expertin nennen möge. Ich habe das anders gemacht. Wir haben das Thema gleich besprochen. Und jetzt liegt es natürlich an Ihnen, den nächsten Schritt zu gehen. Und für alle die Zuschauerinnen und Zuschauer, die ebenfalls Menschen kennen, die einen Tremor haben, und denen sei heute einfach mit Gewissheit auch gesagt, es gibt verschiedene Ursachen hinter dem Tremor und bei weitem nicht einfach nur Parkinson, sondern sehr oft eben toxische Belastungen, Stoffen, die sich einfach in unserem Körper über Jahrzehnte hinweg anreieren mit umfassbar vielen Wirkungen. Und das ist unschön. Und ich habe viel gelernt. Das darf ich jetzt auch gleich sagen. Ich bin ganz stolz darüber, wieder mal was zu lernen. Und ich bedanke mich ganz herzlich. Lieber Professor Dr. Thomas Rau war das für Sie, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Und ich wünsche Ihnen alles Gute. Bis ein anderes Mal. Und auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. 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 Untertitelung des ZDF, 2020